Willkommen bei Frequent Traveller TV und der heutigen frisch gepressten Folge. Wir reden über den Condopolitan, ein Drink, den es jetzt bei Condor gibt. Die schlagen irgendwie mit Drinks jetzt um sich, Fluggesellschaften. Wir haben weiter das Thema für euch. Lufthansa 747-8er dreht wieder um wegen Geruchsbelästigung. Dann haben wir bei IAG die Nachricht, im Gegensatz zu gestern, die Passagiere akzeptieren die höheren Preise. Man jubelt quasi bei IAG. Dann haben wir noch ein Thema. Was mache ich, wenn ich als Crewbestandteil mitfliege oder als Passagier mitfliege? Wo sollte ich meine Fresse halten? Ist jetzt ein bisschen Beef zwischen Southwest und United-Piloten. Gehen wir auch drauf ein. Dann haben wir als Thema R-Senegal 737-300. Eine Lufthansa-Geschichte des Flugzeugs ist auch da. Teil der Geschichte. Leider von der Runway abgekommen. Ein bisschen Feuer, ein paar Verletzte. Es gibt ein Video dazu, das ich euch zeige. Dann haben wir Boeing. Die haben noch mal Probleme mit der Börsenaufsicht, weil sie in ihrer Kommunikation vielleicht über ihre Sicherheit etwas zu euphorisch geredet haben. Schauen wir uns an. Auch Zeitungen. Und ich bekomme ja immer gerne von euch Sachen zugeschickt. Und da ist mir aufgefallen, beziehungsweise ist uns beiden aufgefallen, die wir darüber gesprochen haben. Stadtbär und ich haben festgestellt, Zeitungen berichten unseriös. Gucken wir uns auch an. Jetzt seid ihr aber dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen am Heiligen Freitag. und kommentiert schön brav und dann wird auch alles gut. Das erste Thema ist etwas mysteriös, will ich mal sagen. Und zwar eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Chicago. Eine 747-8er fliegt so ein bisschen, hat Irland hinter sich gelassen, über dem Atlantik, dreht wieder um und landet dann wieder nach, wie viele Minuten war es? 90 Minuten kam es zu dem Geruch und dann ging es zurück. Und da sind dann die Passagiere, 19 Crewmitglieder, 370 Passagiere waren es, glaube ich, die 320 Passagiere und 19 Crewmitglieder, wieder in Frankfurt gelandet. Es war aber kein Rauch, es war aber auch irgendwie, was anderes Grund war, nicht identifizierbarer elektrischer Geruch in der Kabine. Also das heißt, das war jetzt nicht Toilette oder sowas, oder so ein Stinkbomber, den wir ja auch mal hatten. Die Bild-Zeitung hat das als erstes berichtet, ich habe mal gewartet, bis andere da auch von berichtet haben. Können ja mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise, ja, was das wird. Also ich bin mal gespannt. Die Passagiere sind dann mit einem anderen Flieger später nach Chicago gebracht worden. Fluggäste nehmen höhere Preise hin. So ist es zum Beispiel zu lesen hier bei der aero.de. Und da ist es halt so, dass man da bei IAG quasi sich nicht oft genug schlapp lachen kann und sagen kann, dass man die Preiserhöhung der IAG von Flügen über den Atlantik und innerhalb Europas, die Leute nicht davon abgehalten haben, mit IAG zu fliegen. Die Zahlen sind gut. Luis Gallego sagt, dass man damit sehr gut aufgestellt ist. IAG, wenn ihr nicht wisst, wer es ist, das ist British Airways, Iberia, Aer Lingos, Wueling und vielleicht TAP oder irgendjemand. Man weiß es ja nicht so ganz genau, wen die TAP da kriegen. Und man befördert jetzt 26,4 Millionen Passagiere im ersten Quartal, also sehr gute Zahlen, 9 Prozent mehr und man hat einen Gewinn auf 68 Millionen Euro und lag damit deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen. 87 Millionen Verlust im Vorjahr. Wie war das nach Steuern? Ein Fehlbetrag von 4 Millionen nach 87 Millionen Verlust im Vorjahr. So ist es richtig formuliert. Also die Zeiten sind da gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Ryanair so ein Thema ist. Ich kann noch mal kurz gucken auf die Sendung von gestern, ob ihr da was kommentiert habt. Ich habe es nicht kontrolliert. Ich habe es nicht gesehen aus zeitlichen Gründen. Dann gucken wir doch mal, ob da Kommentare sind. Und ein Kommentar ist, aufgrund der perversen Lufthansa-Preise ist man gezwungen, mit anderen Fluggesellschaften ab Amsterdam, Stockholm, Budapest, Köln und Kopenhagen zu fliegen. Spor ist massiv kundenfeindlich, was auch den Aktienkurs tief in den Keller getrieben hat. Und die Schweden sind am BER und ECO schneller geworden, jedoch auf Kosten der Business Class Kunden, denn da ist es nun deutlich langsamer geworden. Das zu dem Thema von gestern noch mal dazu. Aber auch noch mal der Hinweis, der Berliner Flughafen, er liegt in der Gemeinde Schönefeld, also keine Stadt. Und das zuständige Amtsgericht ist die Stadt Königs Wusterhausen. Also insofern nichts Königs Wusterhausen. Danke für die Aufklärung. Haben wir das auch alles geklärt? Mit den Preisen könnt ihr auch heute noch mal schreiben, wer da Recht hatte und wer da Pech hatte in euren Augen. Ob da jetzt die Freunde bei Ryanair recht haben, dass sie ein Plateau erreicht haben. Oder ihr sagt, nee, Sommer bleibt weiter, so wie er ist. Kleiner Exkurs hier an dieser Stelle. Wir haben dann auch noch mal mit Boeing zu tun. Boeing hat ja bei der Kommunikation gesagt, im Rahmen des Türstopfens, das Wort werde ich nie mehr vergessen, dass man dort mit der Sicherheit alles in Ordnung war und dass alles gut ist. Und ja, da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, dass die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, jetzt einfach mal kontrolliert, ob diese Aussagen auch so in okay waren, wie man sie getätigt hat. Weil nämlich, damit sind vielleicht Investoren fehlgeleitet worden, was die bei Boeing gesagt haben. Und das ist natürlich etwas, was man bei den Amerikanern relativ uncool findet. Und man muss jetzt zur Ehrlichkeit halber sagen, dass solche Sachen nicht immer unbedingt in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Sachen nach sich ziehen, der Fairness halber. Aber es ist so, dass es die Investoren jetzt weiter belästigt, in Anführungsstrichen. Mal gucken, wie das ist. Gestern von dem Preis her ist es jetzt nicht wirklich durchgedrungen. Ich mache ja auch keine Aktienberatung, also ein leichter Druck, aber trotzdem mit dem Plus abgeschlossen, also ein halbes Prozent höher. Man weiß anscheinend, dass Boeing jetzt da um Sicherheit oder irgendwas geht, mal gerne fantasiert, sagen wir es mal so, dass sie also da nicht so bei der richtigen Wahrheit bleiben. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Ich bin da vorsichtiger. Aber ich weiß es nicht. Also ich denke, das habe ich auch mit einem auf WhatsApp besprochen, dass Boeing, die haben anscheinend mal ausgerechnet, wenn sie bei der Sicherheit sparen, wie viele Flugzeuge runterfallen. Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir uns leisten. Das ist wohl unwahrscheinlich trotzdem. Aber dann haben sie halt zweimal einen Griff ins Klo gehabt. Und damit ist das Thema gegessen. Und damit sind halt die Einsparpotenziale nicht nur gehoben worden, sondern quasi ins Umgekehrte gedreht worden, nämlich in Ausgabepotenziale und Verlust. Jetzt haben wir in der Sendung ein Thema auch wieder an Boeing. Und das hat auch noch mal für mich eine interessante Nachlese. Da haben wir nämlich noch ein Thema dazu. Das gebe ich euch gleich aufs Auge. Zuerst aber erst mal das Video, wo ihr seht, was passiert ist bei der Maschine. Und zwar ist das so, dass die Maschine von der senegalischen Fluggesellschaft Ersenaga gechartert worden ist und ist von Dakar dann am frühen Donnerstagmorgen von der Startbahn abgekommen. Elf Menschen wurden verletzt, vier von ihnen anscheinend schwer. 79 Passagiere an Bord, Besatzungsmitglieder waren natürlich auch an Bord. Und dann ist Gott sei Dank nicht wirklich mehr passiert, außer dass da wirklich Flammen waren. Aber man sieht, wie die Leute da ausgestiegen sind aus dem Flieger, aus der Rutsche und so weiter. Der Flieger selber hat die Registrierung und das werde ich euch gleich auch mal zeigen. Und zwar hier, damit ihr es direkt seht. Hups, was haben wir denn hier? Da haben wir es. Zu viel gedrückt. Haben wir da Werbung bekommen? Ja, ich habe Hundeilwerbung aufgerufen. Also auf jeden Fall ist es eine Boeing 737 MSN 25271 mit der Registrierung 6 Victor Alpha Juliet Delta. Die Maschine ist 32,7 Jahre alt. Und für viele von euch, vielleicht kennt ihr die Maschine, die flog nämlich damals als Delta Alpha Bravo Juliet Bravo bei Lufthansa und ist am 12. September 91 ausgeliefert worden. Wurde dann Dezember 2015 als November 27 Alpha Uniform mit dem Namen Rheine, übrigens lief sie bei Lufthansa, ist sie dann gestort worden. Dann ist sie zur Blue Air gegangen. Also das ist auch relativ schnell gewesen. Dann August. Dann haben die Blue Air die bei Air Senegal, bei Blue Air und wir bei Air Senegal betrieben. Und dann ist sie zur Transair Senegal gegangen. Und das ist dann quasi 25.03.2022 gewesen. Also ihr seht, das Flugzeug war der Lufthansa Hintergrund. Und wir wollen uns auch nachher nochmal mit dem Thema beschäftigen. Aber da ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Ich gebe euch noch ein zweites Thema, was wir heute noch besprechen wollten, nämlich Passagiere im Cockpit. Ja, und zwar ist es so, als Passagiere kommen wir relativ selten ins Cockpit. Aber wenn man ins Cockpit kommt, dann hat man meistens entweder einen Flugschein, arbeitet für die Fluggesellschaft oder arbeitet für eine andere Fluggesellschaft als Pilot. Und es ist halt so Usus, wenn man mitfliegt, man hält die Fresse, es sei denn, man findet etwas, was sicherheitsrelevant ist. Und in dem Fall war es so, dass jemand geflogen ist bei den Freunden von Southwest. Und United war diese Pilotin, die mitgeflogen ist. und es ist da halt ein ja, wie sollen wir es nennen? Nennen wir es einfach mal ein kleiner Dispute entstanden über eine Sache. Dispute. Und zwar ist es so, und zwar ist es so, dass ein Jumpseater, also jemand, der auf dem Jumpseat auf dem Platz im Cockpit sitzt, ist bei United mitgeflogen. Dann ist es so gewesen, dass dieser New Hire etwas gesehen hat und zwar war das so, dass man, der Kapitän hatte da bei der Landung war das so, dass sie da, sie hatte gesehen, wie, also auf jeden Fall etwas nicht bei Procedure gemacht worden ist, hundertprozentig. Und da ist es halt wirklich so, dass man da der Crew, dass sie, also der Crew gesagt hat, dass man vielleicht die Klappen auch noch ausfahren sollte, aus der Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe und anstatt das Ganze dann mit der Crew nochmal danach zu besprechen und diese Landung, die dann sicher auch gelaufen ist, hat sie das der FAA gemeldet, über dieses Snitch-Telefon, wie die das teilweise nennen, das ist eine Telefonnummer, die man anrufen kann, ohne dann Namen und Fakten zu nennen, außer das, was halt passiert ist und darüber sind sie dann halt sauer und die Dame hat wohl von einem Regional-Carrier ist sie dort transferiert worden und das war halt ein kleines Ding und das ist halt wirklich interessant, dass, dass wenn man halt die Speed-Breaks benutzt, muss man halt auch die Landeklappen ausfahren, um die Geschwindigkeiten damit auch zu regulieren, weil nämlich das Profil von dem Flügel, den Auftrieb, den muss man dann erhöhen, weil man eine niedrigere Schwindigkeit hat und da ist es dann halt so, dass die Dame dann halt wohl gesagt hat, dass die Klappen wohl benutzt werden sollten, der Kapitän hat, weil er in dem Moment hat er irgendwie aus dem Fenster rausgeguckt, keine Ahnung, hat dann interniert und hat dann das Flugzeug wirklich sehr viel gelandet, aber was man dann halt interessant findet, ist es halt wirklich, dass diese Meldung natürlich dann für Probleme gesorgt hat, und das andere Thema ist, dass man seitdem bei United nicht mehr fragen sollte, ob man bei South West mit auf dem Pilotensitz sitzen darf, also auf dem Jumpsit, weil es wirklich so ist, dass man da jetzt gebannt ist und das ist halt wirklich so, ja, also ich persönlich habe kein Problem damit, dass das gemeldet worden ist, ich habe persönlich kein Problem, dass man da was gesagt hat, wenn man wirklich 100% weiß, dass das ein Problem ist, was da gerade passiert, wobei es jetzt nicht wirklich ein Riesenproblem gewesen wäre, aber es ist halt, dass kleine Sachen dann irgendwann ein großes Problem werden, das kann ich verstehen. Und die Piloten haben halt in Amerika gerade solche Sachen, dass so etwas intern geregelt wird, und dann gibt es halt, genauso wie bei in der amerikanischen Polizei oder bei der Polizei oder Militär gibt es diesen Core-Geist und diese Thin-Blue-Line und so ist es halt so, dass man halt solche Sachen eher bei den Fluggesellschaften selber lässt und da dann, ja, da in der Tat dann wirklich das intern regelt, ohne da dann ein großes Drama zu machen. United, die selber gerade ein Sicherheitsproblem haben, finde ich eigentlich gut, dass das gemacht worden ist. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass man da dann retaliated, dass man da dann wieder zurückschlägt bei der ganzen Sache, aber so ist es nun mal, Menschen sind halt verschieden und genauso ist es halt wirklich auch bei dem Thema, was jetzt kommt. Ihr könnt übrigens dazu schreiben, was ihr davon haltet, ob da dann die Reaktion von South-West richtig ist, dass man United-Pilot nicht mehr auf den Jump mitnimmt. Die Frage übrigens, warum man auf den Jump mitnimmt, ich weiß, dass sie kommt, das Flugzeug war voll und so kann man dann trotzdem vom Dienst nach Hause kommen oder von nach Hause zum Dienst kommen, wenn man bei anderen Fluggesellschaften mitfliegt und da ist das halt so, dass man halt einen zusätzlichen Sitzplatz hat, das nur so als Randbemerkung. Gut, damit haben wir das bearbeitet und wir können jetzt nochmal gucken, wie unseriös Zeitungen sind. Ich habe nämlich hier die zwei Themen für euch bearbeitet und daran seht ihr das. Hier seht ihr zum Beispiel das Thema von einem Urlaubsflieger Platz während der Erlandung der Reifen. Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne eine Meldung über eine neue Panne beim Boeing-Flieger. Was hat der fucking Reifen, der kaputt geht, mit einem Boeing-Flieger zu tun? Das sind Gutier oder Michelin, keine Ahnung, ich glaube Gutierreifen, wenn die kaputt gehen, sehen die kaputt. Das kann ja auch im Airbus passieren. Also da kann ich euch auch Airbus-Dinge zeigen. Also das hat ja nichts mit dem Flugzeug zu tun, wo es dran ist. Dann die nächste Geschichte ist diese hier aus dem Senegal, die Geschichte, die ich euch heute auch mitgebracht habe. Und da könnt ihr mal gucken, erneute Boeing-Panne. Ja, das Flugzeug ist, wie alt war es jetzt? Da muss ich gerade gucken, 30 Jahre alt und ein bisschen. 32,7 Jahre alt. Das ist keine 787 oder 737 Max. Da hat Boeing die Finger seit 30 Jahren fast nicht mehr wahrscheinlich dran gehabt an der Bude. Also ich finde einfach die Presse, dass die so einen Quatsch dann schreiben, das schreit ja un... Also ich verstehe es einfach nicht. Und dann... Und noch ein Vorfall, diesmal mit einer Uraltmaschine, genau. Das ist das, was von uns geschrieben worden ist, um einfach dem Ausdruck zu verleihen. Also das hat der Kollege Stadtberg geschrieben, um dem ganzen Ausdruck zu verleihen, wie bekloppt das ist. Ja, natürlich, das Flugzeug ist 32 Jahre alt und das sieht wahrscheinlich auch nicht mehr so aus, als es bei uns bei der Lufthansa als reine geflogen ist. Und da muss man dann noch der Ehrlichkeit halber sagen, dass das doch nichts damit zu tun hat mit der Sicherheit, wenn das Flugzeug ordentlich gewartet worden ist. Und wir sollten nochmal abwarten, warum das Flugzeug da von der Bahn abgekommen ist. Ich gucke nochmal beim Aviation Herald nach, weil das ist ja dann immer so eine Geschichte. Und da ist es halt auch so, dass man da halt wirklich, ich kann euch nochmal Bilder zeigen, hier, so sieht sie danach aus. Oder wenn ihr hier die andere Seite seht, oder ist das die, nee, ist die selbe Seite, da seht ihr, wie das Triebwerk in Fritten ist. Aber es ist halt zum Grund oder sowas, ist es so, loss of control of airplane resulting from a movement of the rudder surface to its blowdown limit. The rudder surface most likely defected in the direction opposite to the command by the pilots. So, also das heißt, dass da wohl ein technischer Fehler vorgelegen hat. Und was auch interessant ist, ist, dass diese Teile innen drin auch schon mal ausgetauscht worden sind. Da gab es einen Rückruf vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich glaube nicht, dass die Lufthansa das hatte, dass sie diesen Fehler nicht behoben hat. Also insofern, lasst uns einfach abwarten, was passiert, bevor man wieder sagt, fucking Boeing-Maschine. Ich meine, ich bin der Letzte, der Boeing in Schutz nimmt. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt unten rein, ob ihr auch mit dieser Berichterstattung mittlerweile auf Kriegsfuß seid und ob ihr sagt, das geht euch teilweise schon so auf den Nerv, was da von den ganzen Koryphäen geschrieben wird, was eigentlich mit der Aviation selber nichts zu tun hat und auch von keiner Sach- und Fachkompetenz ausgeht. Und ich habe mir natürlich wieder vorgenommen, ich möchte das Thema positiv beenden mit euch und habe nochmal ein schönes Thema herausgesucht. Und ich habe das schon diese Tage gesehen, das ist der Cosmopolitan, aber als Condor-Politan. Und zwar ist es so, dass man hier bei der Condor auch einen Drink hat und zwar sieht er so aus. Wo ist es denn? Der Condor-Politan, da ist er. Ich finde die Flaschen ja relativ cool, wenn man das anguckt, auch von dem Ambiente her, finde ich fast schon besser als bei Lufthansa. Diese Streifen, ich finde sie einfach geil und marketingmäßig genial, was da gemacht worden ist. Und dieser House Drink, den sie da jetzt haben oder den Airline-Drink, ist ja ein absolut, ein geiler Aperitif. Der Name Condor-Politan ist natürlich, Cosmo-Tor-Liton, die Grenzen sind bei beiden Cocktails natürlich nicht zufällig ähnlich, muss man natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen. Heißt also, ich lese es euch vor, Wodka, Limetten, Cranberry-Saft sollen natürlich für einen Geschmack sorgen, der so ein bisschen herb-süßlich ist, also da die meisten trifft. Ich selber finde das auch cool. Ihr habt ja auch an dem Glas gesehen, ist halt ein Glas, in dem auch ein Cocktail wie der Cosmo-Politan oder Martini serviert wird. Und den kann man auf dem Condor-Flug kaufen, kostet 7,99 Euro und man kann auch in der Business Class den kaufen, weil er dort nicht inklusive ist. Also schade eigentlich. Aber ich finde es halt amüsant. Ihr könnt dazu heute auch als zweite Frage des Tages schreiben, wie findet ihr solche Sachen, dass die Fluggesellschaften ihre eigenen Drinks haben. Ich freue mich schon auch Frankfurt auf die Ringeltaube. Da werde ich nochmal gehen und gucken, ob der Avionic auch dort verfügbar ist. Dann werde ich ihn nämlich kaufen und wir werden ihn auf dem Stammtisch vielleicht auch verköstigen. Da können wir dann direkt mal gucken, wem er dann mundet. Und so, gerade mein Amazon Prime in den USA erneuert worden. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ich danke euch. Wir haben die 20 Minuten wieder voll gemacht. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveller TV. Ich werde wieder auf Reisen gehen und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich euch in Frankfurt sehe und ich bleibe wahrscheinlich ein paar Tage länger in Frankfurt. Also, bis dann. Viel Spaß. Ciao, ciao und abspann. Ciao, ciao.